Ja, es ist geschehen! Herzlich Willkommen mit Dash im Dongle und Darius auf der Top-Lane. Ranked Game! Und er ist kein Silber-Elo. Doch, bist du, ne? Ah ja, du warst Silber-Elo, genau. Du warst Silber-Elo. Ich hatte da einen, der hieß Behemoth92. Der hat einen Silberkranz, aber er ist kein Silber-Elo. Aber er ist Bronze-Eins. Wenn ich jetzt rauskomme, bekomme ich eine faire Verhandlung und werde nicht einfach wahllos von Ihren Leuten niedergeschossen, auch wenn es Ihnen in den Fingern juckt. Ja, versprochen. Okay, dann komme ich raus. Er geht wieder weg mit seinem Hartz-IV-Headset. Ich hab noch niemals was gesehen. Ich werde dich auch jetzt nicht anblähen. Jetzt weiß ich nicht, geht Master, je auf AD oder AP. Das macht mich stutzig, ohne Witz. Ich geh nach vorne. Fuck! I was tipping. Was hat sie denn gemacht? Tristana. Wahrscheinlich Clashed. Was? Wahrscheinlich Clashed oder so. Clean's Remove. Oh ja, was hat sie denn überhaupt für Summoner's Belts? Sie hat sich geflasht, ist ja egal. Der Flasch ist ja gleich wieder ready. Hoffentlich stelle ich dir den Blue. Teric Golems, please. Bitch, please. Ist er mit W oder E an? Mit E, Digga. Ja, wahr. Er fängt immer mit E an. Mann, dass man dir das immer wieder sagen muss. Ha! Wo glaubt sich dieser Bengel? Ja, wahr. Ja, du lernst noch. Du bist halt noch in der Übungsphase, Bruder. Bruder. Jace in der Mitte, wir haben also keinen AP. Mich? Ich glaub so nicht ernsthaft, dass ich Tank spiel. Ja, AP-Tank, Digga. Ja, sowieso. Hoffentlich krieg ich dir nicht. Blutung OP. Ich hab einen gekriegt. Sorry, Bro. Ja, ist okay. Report. Ich hab ihn getroffen, hast du gesehen? Ja. Wir waren noch nicht mal richtig da. Nee. Aber ich hab's drauf, Digga. Ich weiß nicht. Geh lieber weg wegen der Blutung. Boah, Alter. Close. Close to the edges. Das Problem ist, wenn der AD macht, macht er mich platt. Der Master. Spielt AD. Ja. Du kennst seine Passive mit E, ne? Ja. Der ist genau wie Fiora, der Huren. I do not tolerate cowardice. Immer wenn er jetzt kommt, dann gibt's einen Dreher. Hau ab! Du kriegst keine Last Hits. Ich hab mein ehemals erstes Geld. Ich komme. Er hat Angst. Komm ran. Komm ran. Boah, da musst du dich rausflaschen. Doch reicht, reicht. Ja! Er wird sich auch wundern. Hä, wieso bin ich Level 3? Dein Red Buff, Digga. Hast du einfach den Red Buff von dem fetten Schwein geklaut, ne? Na, guck doch mal. Was meintest du denn, warum ich Smite-less gemacht hab? Wenn du schon Smite-less machst, musst du das tun. Ne, ich mach das eigentlich, um einfach schneller durch den Jungle zu kommen. Das ist all. Warte mal, er hat jetzt sein Ghost gewastet? Und sein Exorst. Ja? Ja, an mich. Echt? Das hab ich nicht gesehen. Warum auch immer an mich, aber... Aber okay, mein Dings ist auch draußen, mein Ignite. Aber Ignite ist so OP. Ich find, Ignite soll echt mal weggemacht werden. Das ist so ein Summoner-Spell, den will keiner haben. Digga, er ist Level 1. Ey. Ja, merkst du was? Jetzt ist er Level 2 grad gekommen. Ich war noch niemals in New York. Leute, guck mal, was er macht. Er macht jetzt sein W. Und ich hau' ihn einfach mal ein Fünfer-Dot. So ein Trottel. Alter, hätte ich mein... Oh, guck dir das... Guck dir mal sein Leben an. Nur durch den Fünfer-Dot, ne? Nur durch den Fünfer-Dot, WTF. Aber auch, dass sie so ein Squishy-Team genommen haben, verstehe ich halt wieder nicht, ne? Lass sie doch. Ist doch nicht unser Problem. Bitte, Chase, gib der Luchs ne Kugel mit, bitte. Einfach als Trotz nochmal, ne? Okay, die Sijuani, die Schweinebacke, ist sowieso tot. Oh, Darius, Top-Lane. So OP. Ich geh mal zurück, ich hab 1000. Das Ding ist, ich muss ein bisschen nachrücken, so mit AD-Schaden. Ja, und nebenbei noch Tanki. Ja, ich kauf mir erstmal nur zwei Wards und geh wieder auf die Lane. Weil ich will als erstes, weißt du, was ich mir hole? Mit Darius immer am Anfang. Manche machen das auch anders, ich hol mir BF-Sword am Anfang immer. Das ist übertrieben, effektiv. Weil ich erstmal kann ich besser farm und hab... Ich muss halt mit dem AD mit ihm aufholen, ne? Meine Blutung macht... Ja, meine... Meine... Dings, meine Blutung macht zwar so ein bisschen weg, aber auch nicht so übertrieben. Bringt ja nix, wenn du Full-Tank spielst und er dich dann trotzdem kaputt haut wie nix. Das bringt dir ja gar nichts. Einmal smiten kann ich noch. Bevor der Blue kommt, den ich nehme. Der kommt 27 erst. Ja, ja, und deswegen hab ich ja gesagt, ich kann nochmal smiten vorher. Ja, das sind 60 Sekunden Cooldown, oder nicht? Deswegen konnte ich ja nochmal smiten. Weil ich den Blue dann smiten werde. Und Jace kriegt ihn nicht. Er hat so Angst vor mir, WTF. Er läuft nur weg. Na, er skilt sein eh, weil er hat jetzt schon 114. Oh, ich hab Sijuani gesehen. Sijuani ist hier oben. Ich hab sie gesehen. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Loy, was ist das für ein Gang? Alter, der Jace. Komm, was er macht, der Mastig. Guck mal. Das ist ja top. Was ist los mit dem Typen, Digga? Und Sijuani steht hier und macht gar nichts. Die portet sich einfach instant weg. Wie behindert sind die denn, Digga? Das ist typisch Bronzel, Alter. Ohne Witz. Digga, wie retardet der Typ ist. Warum macht er das? Er kommt vor mir und kämpft am Tower gegen mich. Oh Gott. Ich hab wieder eine schwere Toplane. Ich hab wieder schwer zu knabbern an der Toplane. Ja, voll. Sollen wir lieber surrendern? Ja, total. Ich schaff das nicht, Digga. Keine Chance. Ich darf nicht so viel aufmucken, ne? Nachher sterbe ich wieder. Und dann lachen alle über mich. Ich will nicht, dass man über mich lacht. So, jetzt kauf ich mir noch eine Rüstung. Ich hör voll. So, nächster Red weg. Weg von hier. Hast du ihn wieder gezeckt? Ja, schon. Zu hekliger Huntu. Report wegen Red Stealing. Vielleicht wirst du, das Geilste ist, mich wollte mal jemand reporten, weil ich aus so einer Lane gelaufen bin, wo er mich... Er hat mich totgepingt, ne? Hätte er gesagt, please, let me go on this lane, weißt du? So, ich will halt... I need this farm. Ja, I need this farm. Kein Problem, ne? Aber, Digga, ganz... Ey, Master Yi kommt hier hin. Master Yi ist da unten. Komm, was macht Master Yi denn, Digga? Digga, der ist richtig am abkacken, kann das sein? Etwas, ja. Der kommt bestimmt wieder gleich mit dem fetten Schwein. Der Gank war auch Legendary, ne? Sie läuft einfach aus dem Gebüsch, obwohl ich viel weiter weg von ihr bin. Und es passiert einfach gar nichts. Ja, Master Yi ist AD, das ist halt nicht so der Hit. Er hat auch übelst Angst vor mir, ne? Okay, Lux ist weg, Sijuani ist auch weg. Ich glaube sogar, dass sie zu mir kommen. Er lässt mich auch so hart pushen. Sijuani ist bot, ne? Alter, der ist gleich wieder tot. Alter, ich könnte ihn so töten, diesen Bastard. Nur ich trau mich nicht, ihn einfach an Tower zu diven, weißt du? Ich trau mich noch nicht zu diven. Aber das mit dem AD, ne? Das ist richtig übertrieben. Das macht so viel Schaden. Wie er Angst hat. Gott, ist das ne Muschi. Oh Gott, ist das eine Muschi. Digga, der ist so schlecht. Ich weiß auch nicht, was er die ganze Zeit vorhat. Wenn ich dann irgendwo hingehen will, dann läuft er immer von mir weg, instant. Ich geh auf ihn zu, er rennt weg. Ja, guck dir das doch an. Ist nur am Wegrennen. Der Typ ist richtig langweilig. Krieg ja Schimmel an den Füßen. Alle Botlane, ne? Warum verliert die Botlane jetzt so hart, Mann? Ich überlege die ganze Zeit, Boots of Swiftness. Oder ob ich mir die Tabis hole. Ich glaube, ich kaufe mir die Tabis. Bei mir ist SS, ne? Ich glaube, die haben Drake gemacht. Ja. Master Yee ist SS, ne? Ich habe 101 Millionen Mal gepinkt. Nochmal jetzt gepinkt. Master Yee ist komplett SS, Digga. Oh mein Gott, seine Items. Okay, Sijuani ist bot. Glucksmiss. Boom! Ich habe ihn einfach so ein Slam Dunk verpasst, ne? Ein Slam Dunk-Funk. Boah, das ist so eine schöne Ulti. Und Jace kriegt es nicht gebacken. Digga, Jace hätte... Der war richtig Hammer, oder? Jace hätte einfach... Ja, Mann. Wollte ich gerade sagen, der war nice, das Q. Digga, aber Jace hätte einfach mal ein Triple da unten machen können, gerade. WTF. Mindestens. Ich habe da alle vier drin. Ja, da waren... Alle waren einfach in der Ulti gestunt. WTF. Und der kriegt es nicht gebacken. Scheiße, ich hätte mal nicht zurückporten sollen, wo ich hier geklatscht habe. Ich hätte mal Tower ziehen sollen. Ah, fuck. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Ich hätte nicht zurückgehen sollen. Du ziehst den Blue von denen, ich nehme den Blue von uns. Kannste? Kannste? Ich frage dich nicht. Ich sage dir, dass ich ihn nehme, Alter. Kannste, sagt er. Die Frechheit alleine schon zu besitzen. Lol. So einen Kollegen habe ich mal, der später auch lol. Aber er ist halt nicht so gut, ne? Und er benutzt so, er benutzt so das, na wie heißt das? Er benutzt das E, ne? Ich sage, Digga, wieso ziehst du denn nonstop die Leute ran? Zieh die doch erst ran, wenn die weglaufen. Er so. Ja, ich ziehe dir ran, weil das dann die Rüstung unterdrückt. Ich sage, lol, das ist passiv. Er so, nee. Ich sage, Digga, lese dir das mal durch. Das ist passiv. Dass er Rüstung ignoriert, Mann. Er glaubt echt, dass es da weggeht, die Rüstung, wenn du das ziehst. Ja. Er hat's geglaubt. Und dann habe ich ihm erzählt, dass es nicht so ist. Und dann hat er sich das nochmal angeguckt. Ja, und dann war es natürlich halt richtig. Und siehst du das? Weißt du, was das Gute ist? Ich mache den hier oben so platt, weil er ja auf... Weil er ja erstmal ist das Squishy wie Sau, ne? Und wenn ich dann... Je mehr Ade ich habe, desto schneller schlage ich ihn halt tot. Allein durch die Blutung. Aber er lässt mich auch die ganze Zeit, ne? Es ist einfach so langweilig mit dem Typen. Oh, da ist Schweinebacke. Ich komme auch. Digga, die macht ihr locker. Oh mein Gott, der Flash. Hast du den Flash gesehen? Boah, Alter. Nice geschossen. Warte mal, Master Yeager. Da, guck mal, hier. Slam, Dunkeyfunk. I put it up. I need somebody. Einfach mal, komm... Das ist schon wieder zu einfach. Ja, das ist schon wieder zu einfach. Ich weiß auch nicht, warum die gerade so sau schlecht sind. Aber es ist immer so, wenn ich Toplane bin, gewinne ich immer. Es ist halt einfach mal egal, welchen Gegner ich da habe. Lass mal ein bisschen... Lass mal pushen, komm. Aber guck doch mal auch sein Leben an. Er hat einfach mal die Todesschläge von mir gekriegt. Guck mal, ich habe 4-0. 0-4. Ja. Er hat einfach mal die Ohrfeigen seines Lebens bekommen. Ich ziehe den Tower weg. Stell dir vor, dass wir gelben. Lass auch ein Bug. Zwei Meter verziehen oder so. Früher konnte man Baron sogar aus seinem Loch da rausholen. Das ging früher. Das ist aber ja schon Jahre her. Wie geil das aber... Komm, lass mal den Top Tower weitermachen. Ja, mir egal. Los, du retardest. Komm, bin, 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 bin. Oh. Warte, Tristana braucht, glaube ich, Hilfe. Oh, guck mal hier. Oh, Lux, Alter. Die wollten mir gerade einen Quadrant hier, einen Double Kill machen. Ich habe meinen Coup einfach gefällt. Ja, die können auch surrendern. WTF, die können sowas von surrendern. 10-3, alle drei Tower weg. 10-3, die Top-Late ist sowas von 100.000 Millionen prozentig gewonnen. Oh, Janna unten was... Oh, Ezreal. Oh Gott, ist ja schlecht. Unstoppable. Ich komme, Bruder. So schlecht, so schlecht. Diese Ulti ist so schlecht. Welche? Ihre? Ja. Oder Janna, ihre Drecks-Ulti. Ist sowieso retarded. Ich glaube, in Bronze 1 sind die noch schlechter als in Bronze 4 und so. Ja, sieht man ja. Ja, aber das Ding ist einfach... Komm, wir machen, Drake. Eigentlich könnten wir weiter Tower-Pushen, Dinger. Alles egal. Ah, Toilettenpapier rockt. So, einfach mal einen Ward hierhin ständchen. Komm, ich ziehe ihn raus. Ich würde ihm so gerne meine Ulti geben, nur das geht immer nicht. Ich bin immer richtig enttäuscht, ey. Ich habe so viel Geld, Junge. Ja, ich auch. Ich habe 2500 Gold, Mann. Ich habe 3400. Aber man braucht ja auch nicht einkaufen. Eigentlich nicht, ne. Da. Oh Gott, ist das einfach. WTF ist das einfach. Wir ziehen schon die Mittel-Tower. Ich popp mich jetzt erstmal zurück, WTF. 5-0, Mann. Alter, Ezreal, wag es doch nicht, Mann. Leandris und Passports Instant. Oh. Was ist mit Tristana? Komm her, du fettes Schwein. Und sie stirbt. Ich knallte OP. 6-0. Ich habe jetzt 3k Gold, Junge. 3. 3k Gold. Damit gehe ich jetzt einfach in die Base. Auf einmal Master hier und Dings haben voll Eier gekriegt. Kommen einfach raufgejumpt. Und sterben trotzdem. Das ist schon hässlich, wenn man so hässlich ist. Ist schon hässlich, wenn man so hässlich ist. Merkst du das, was ich meinte? Zweideutigkeit ist einfach OP. Kommen meine Items nach 19 Minuten. Du wolltest doch, dass ich Tanky gehe. Aber Jays Mitte ist auch ganz nice, ne? Ja. Loil. Leandris hat er schon. Instant. Und die ganz schnellen Schuhe. Auch instant. Ja, die surrendern jetzt sowieso. Klar. Komm, wie ich Jays troll. Oh, schade. Er hat den schon gemacht. Ich wollte den gerade rüber drappen, so. Und wenn sie nicht surrendern, dann Respekt. Aber ich glaube, die stehen alle in der Base AFK, oder? Nein. Slam. Danke, Funk. Oh Gott, ist Master Yi schnell tot. Oh mein Gott, ist der schnell tot. Ich habe echt noch nichts schlechteres gesehen, außer den Typen. Digger. Du hättest das mal sehen sollen, wie instant down der war. Hab's gesehen. Er hat null... Ja, jetzt haben sie surrendered WTF. Mach Ulti. Wie geil das aussieht. Danke schön, Schade, YouTube. Tschüss, bis dann.